Hallo Leute, wir sind heute auf der Dokumnie, aber nur sonntags. Leider. Und wir gehen gleich rein und hoffentlich treffen wir dann die anderen. Bis dann! Massen an Massen. Oh, Fairytale. Wer ist auch immer abspielt. Ich hab grad so gemacht. Suchen wir noch die anderen. Oh my gosh. Meine Queen! Meine Queen! No. Das ist eine Halle. Halle? Halle. Keine Allee, es ist eine Halle. Und wir suchen grad die Signierstunden und die anderen von uns. Ah ja, ich hab Dennis gefunden. Oh, da haben wir schöne Haikyuu Sachen dabei. Nein. Das sind sie. Soll ich Spatermuff rufen? Hä? Spatermuff? Elevati. Ich habe gerade den Produzenten von Miraculous Ladybug getroffen. Warte, ich zeig's euch. Und, oh mein Gott, ich habe ein Foto mit ihm. Und das ist so gut. Ich liebe es. Oh Gott. Nachher noch sein Panel und dann ist alles. Toll. Alles okay. Ja. 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 Ich weiß, du bist sehr begeistert. Hi everyone. So, wie geht's dir? Ja, wir sind gut. 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 Wir sind gut zu sehen, dich hier. Danke, du kommst. Es ist jetzt 10 vor 18 Uhr. Ich bin momentan alleine und passe immer auf das Dach auf. Von mir wurden keine Bilder gemacht, was ich scheiße finde. Dazu habe ich keine neuen Sachen für Instagram. Was mich traurig macht. Ja, und zwei Eltern haben gerade geschrieben, dass sie in 15 Minuten da sind. Das heißt, wir packen jetzt zusammen und werden dann gehen müssen. Ja. Ich habe echt wenig diesmal gefühlt, weil ich irgendwie total gestresst war und bin von einem Ort zum anderen gerannt und es war einfach viel zu groß in einen Tag. Con reicht eigentlich echt gar nicht. Also für dieses Jahr, finde ich, wenn du alles durchmachen willst. Ja, also man sieht sich. Ciao Leute.